Das ist ein Kanjo, ein Freundesstuhl, ein Freundesstuhl, ein Freundesstuhl, ein Freundesstuhl, ein Freundesstuhl, ein Freundesstuhl, ein Freundesstuhl. Ich stehe mir jetzt im Grunde, das Sieg. Tja, da war der Sprung tatsächlich für die letzte Starterhandel dieser Faktivation aus dem Yama, Yaka Sakaguchi. Die Auge ordentlich vorgelegt hat im ersten Sprung 15-5-3-3. Und jetzt wollen Sie den zweiten Sprung zeigen, den letzten des heutigen Tages.